so interessant wie weit geht es hier runter? relativ weit was ist das denn? spinel das habe ich vorhin glaube ich in irgendeiner Bauanleitung gesehen interessant die Frage für was wir das brauchen hier kommt man runter das Problem ist wir werden vergiftet oder sowas und anderes Problem ist abgesehen von dem Gift dass Mian gesagt oh Gott Kamera dass Mian gesagt hat sie wartet auf uns aber war das jetzt beim Doktor oder war denn das Mensch ach das ist das andere Ende von dem Aua ich habe mich vom Pferd geschossen Game O was? wie jetzt? es hat mich vom Pferd geschossen und ich bin tot? mit einem Schuss? und es hat meinen letzten Quicksafe geladen okay also nicht irgendwie du bist jetzt im Krankenhaus oder so scheiße was haben wir denn bis jetzt verpasst? hm oh ja cool what das habe ich jetzt nicht erwartet bin ich ehrlich da gehen wir uns mal hier umgucken ich hoffe das ist nicht so gefährlich oder doch was ist so ein Teufel was war das was war das denn jetzt haben wir schon mal so ein so ein Vieh gesehen und das hat uns noch nicht gleich gewonshottet ich meine wir waren ein bisschen angekratzt aber wie viel Schaden war denn das? jetzt mal im Ernst ach okay hier ist ähm da bin ich nicht lang das ist ähm ja nun das ist toll im Sinne von im Sinne von nicht wartet mal können wir schon mal hier sind wir haben doch noch seit Ewigkeiten nicht so blöde Gärtnerkäse auch ne äh die haben wir da wir brauchen sechs äh Kaktusse Nassund Kaktusse und Bergrosen brauchen wir sieben machen wir zehn zehn sieg bist du da? ne achso das das Einkaufding ist sowieso in der Kuppel ähm so ein Mist hätte schon gern diese diese das Talle vielleicht holen wir uns die nochmal noch nur aufpassen wenn wir nicht falsch abbiegen ähm hier Kaktussamen Kuppeln Bergrosensamen zehn Stück das von Kaktus zehn Stück oh Gott bisschen Dünger so soll passen uiuiui na dann das dann gerade irgendwas quietscht da hört es sich je an wie irgendwelche Viecher hä wie denn eine Kiste auf der Karte sag mal verstecken sich denn nicht überall Kisten Mensch hier gerade eine Kastanie als Rezept in der Kiste auch nicht schlecht na gut ich bin froh dass ich einen Quicksafe gemacht habe vorher der weiß wo wir sonst gelandet wären ach ja hier ist die Wrench so ja nee dann lasst es mal nach Hause ich will mit den Viechern gerade nichts zu tun haben was ist denn das auf der Karte achso weiterladen sah gerade so merkwürdig aus so warten auf die Öffnungstherumie die ist morgen da ist der Kupfer Vertrag nein danke das reicht aber nicht ne zwei Stück noch die Pflanzkiste die habe ich glaube ich auch noch dabei und ein Haufen Zeug Moment muss mal abladen gehen um also Also falls ihr euch fragt, wo das ganze Ausrüstungszeug geblieben ist, ich habe Zeug verkauft, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ja, lassen wir das jetzt mal. Soll grob reichen. Wo wollte ich denn jetzt? Das da wollte ich, genau. Brauche ich Anbaufläche. Die machen wir mal hier hin. Scheiße, da brauchten wir noch. Moment. Ich brauche Strohgitter. Oh. Ich musste dieser Ratenhaken. Boden entfernen. Mist. Elender. Ach Quatsch. Ich muss jetzt zu Ki. Wollte ich nochmal Gärtnern. Da habe ich das vergessen. Aber das Pferd schon wieder nicht. Aber das Pferd ist schon wieder kaputt. Ja, das Pferd hat schon wieder keine Ausdauer. Na dann. Irgendwas ist ja immer. Hey Doc. Gut. Es scheint, dass du meine Instruktionen folgst, um keine Fehler zu machen. Diese Materialien würden wir tun. Na dann. Ich würde sagen, das hätte ich noch reparieren können, aber... Zeit für ein Upgrade. Hauptzeit macht es nicht wieder kaputt. Gut. Es war keine kleine Aufgabe, aber es ist fertig. Ich liebe es, dass die Pferd zurück in die Pflege zu bringen. So gut wie es jetzt sieht. Aber, alas. Bound to the pursuit of knowledge, I must. Kann ich damit spielen? Brauchst du noch was? Presently. Your assistance is no longer required. The subsequent task to be completed, require knowledge far beyond your area of expertise. Goodbye. Der Doc, ne? Durch und durch ein Nerd. Ich mag ihn. So. Ich weiß bloß nicht mehr, was mir Jens zu uns gesagt hat. Das ist jetzt gerade so ein bisschen das Problem. Kann ich das irgendwo nachvollziehen? Ne, ne? Sag mir was von 18 Uhr. Wahrscheinlich beim Block. Obendrauf ist wahrscheinlich eine Kiste, ne? Warte. Was ist denn hier? Obendrauf ist wahrscheinlich eine Kiste. Obendrauf ist wahrscheinlich eine Kiste, ne? Aus. Warte. Was ist denn hier? Oh. Was? Oh. Dann rennst du mir eigentlich auch wie Pinky hinterher, wenn ich dir einen Fisch gebe. Habe ich noch einen Fisch? Ich sterbe Katze. Was ist das eigentlich mit Yen, so beziehungstechnisch? Ist der aufgeführt? Ja. Kann doch. Ey Arsch! Er kriegt nichts geschenkt. So. Der Typ, ne? Den würde ich am liebsten hier... 1,80 tief! Achso, ich wollte Aufträge von der Gilde noch holen. Wenn auch welche da sind. Wollte ich mal meine Meinung darbieten mit meinem Meinungsverstärker. Jo, so muss das aussehen. Das brennt doch. Hier habt das Leder und... Ne, nicht normal gerade. Das ist zu anstrengend. Das ist ein ganzer Sandkuder. Großer Sandkuder. Großer Sandkuder. Gehen wir angeln. Wenn ich jetzt, oder? Wenn ich jetzt dahin laufe, das ist ja... Da gibt's auch nichts Neues, ne? Nee. Nichts, was ich brauchen könnte. Ich glaube, sie hatte gesagt, die ist... Was ist das eigentlich mit der Bude hier? Die ist zu. Ist sie neu? War die vorher schon immer da? Ich, ähm... Hier wohnt Crystal, glaube ich, ne? In der Hütte. Nee, Rocky. Und Crystal. Hier ist zu. Warum rüber? Warum ist das zu genagelt? Björn ist zu Hause. Björn ist nicht zu Hause. Hübsches Bild. Das ist doch nicht weit zum Dock. Stimmt, hier waren ihre... Ihre Sachen. Pferde auf dem Dach. Warum auch nicht? Ich sehe, von hier aus war auch keine Kisten, ne? Ich wüsste gerne... Wann da irgendwie rauch? Forschungszentrum. Muss ich da jetzt rein? Wahrscheinlich, ne? Nee. 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 Das taucht halt nicht in der Questliste auf. Das ist das komische. Ja, wir warten mal bis 18 Uhr. Ich speichere nochmal, ob sie jetzt hier auftaucht. Entweder vor dem Ding oder ob wir dann rein müssen. Dann gucke ich mal, ob ich da oben... Das interessiert mich, ob wir raufkommen. Auf dem Stadttor, auf dem Torbogen. Da ist, glaube ich, noch eine Kiste drauf. Richtig, ich habe schon mal eine gesehen, aber... Was ist mir denn denn? Ja, wahrscheinlich triggert das Event, wenn wir hier rumrennen. Oder rumstehen oder wie auch immer. Sandkuder, drei Stück Sojasauce haben wir. Oh, das könnte ich sogar herstellen. Große Sandkuder müssen wir noch fangen. Mal schauen, was wir dafür brauchen, zum Angeln. Wir Köder. Mal schauen, wir wollen noch malen. Wir wollen noch malen. Wo müssen wir hochroren, Gru хочется.